gewichte heute mal wieder klassisch warm-up erweitertes warm-up unterkörper oberkörper cardio das wort fehlte mir und cool down also so wie es kennt nicht unbedingt was neues genau ein neues gesicht haben wir dabei herzlich willkommen einfach mitmachen ich sage ja immer alles an und einfach schauen ich habe mir den stepper hingestellt weil heute bürbel männer kommen also wer nicht mit den händen auf dem boden möchte der holt sich einfach einen stuhl oder die sofakante ansonsten müsst ihr runter auf den boden ihr kennt das spiel okay wir reden nicht lange drum rum wir fangen einfach mal an mit dem warm-up gut hören könnt ihr mich hoffentlich sehr gut dann starten wir weiter zeit die schulter weiter zeit Achtung, Arme vor Nach oben Und rum den Arm Erste Runde, Knie beugen Schön tief Eine noch Der V-Step Mit Arme Achtung, der Sprung dazu Ein Doppelsprung Und Seitenwechsel Ohne Sprung Mit Arme Achtung, wieder mit Sprung Letzte Mal Side to side Und die Schulter Side to side Und nochmal die Schulter Boxen vor Mit Kraft Und nach oben Und von unten Und das Kinn Und das Kinn vom Gegner Zweite Runde Knie beugen Schön tief Letzte Mal Marschieren So, letzte Mal atmen Und für heute Es geht los Erste Runde Hampelmann Achtung Die Wechselsprünge Und wieder der Hampelmann Und die Wechselsprünge Achtung Der V-Step Komm, keine Pause Und wieder der Sprung dazu Doppelsprung zurück Und wieder der Sprung Und wieder der Sprung dazu Letzte Mal Nie beugen Komm, schön tief runter Könnt ihr euch schon mal dran gewinnen Immer lächeln Bleib unten Halten Dreh dich zur Seite Arm nach oben Knie, Ellenbogen Vier Vier Drei Zwei Wechseln Vier Drei Zwei Wechseln Vier Drei Zwei Letzter Wechsel Vier Drei Zwei Achtung Nach vorne Knie hoch Erstmal ganz entspannt Den Arm Den Arm dazu Seiten Wechsel Mit Arm Wechseln Wechseln Hände tief Hoch Und tief Achtung Wechseln Hoch Und tief Hoch Und tief Letzte Mal Ampelmann Ampelmann Vollgas Und weiter Achtung Zeit Undatmen Undatmen Schulter Wechseln 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 Nochmal die Schulter. Arme nach vorne. Im Wechsel. Oben. Beide Arme seitig. Rundrum den Flügel. Marschieren. Halb in Bewegung. Wir machen keine Pause. Es kommt noch das erweiterte Warm-up. Bleibt in Bewegung. Bleibt in Bewegung. Nicht stehen bleiben. Nie wieder. So. Wir bleiben immer noch in Bewegung. Wie ihr hört, hüpfen wir um die Ecke. Ein Standbein. Wir starten ganz langsam. Und das Bein läuft immer um die Ecke. Das Standbein ist gebeugt. Und immer lächeln. Wir gehen tiefer runter. Komm. Noch tiefer. Viel tiefer. Achtung. Doppeltes Tempo. Brauch nicht langsam mehr werden. Das Hinterteil bleibt unten. Komm. Nicht jammern. Weiter. Keine Pause. Wir gehen tiefer. Komm. Und schön um die Ecke. Flächeln. Lächeln. Unten bleiben. Komm. Nicht aufgeben. Lächelt ihr noch? Dann geh noch tiefer. Die Letzten. Jawohl. Du hast ja noch eine Seite. Anderes Standbein. Wir fangen langsam an. Schön. Um die Kurve. Arme machen mit. Das ist noch ganz entspannt. Noch sind wir oben. Tief. Und wieder. Setzt wieder euer schönstes Lächeln auf. Dann geht's eine Etage tiefer. Komm. Sandbein ist gebeugt jetzt. Noch tiefer. Achtung. Doppeltes Tempo. Tiefer. Nicht die Nase nach unten. Euer Hinterteil muss runter. Und noch tiefer. Durchhalten. Komm. Gleich geschafft. Endspurt. Drei Zentimeter tiefer geht noch. Die Letzten. Jawohl. Wir machen keine Pause. Wir schieben die Kniebeugen hinterher. Komm. Füße nach außen. Knie nach außen. Bauch ist fest. Wir starten mit dem ganzen Weg. Achtung. Los geht's. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Hier die Zehenspitzen. Im Schuh nach oben. Unten. Unten. Minis. Langsam. Wir sind unten. Jawohl. Immer noch lächeln. Auf eins. Hoch. 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 Vier noch. Drei. Zwei. Bleib unten. Minis. Komm. Nicht aufgeben. Es sind nur vier Minuten. Komm. Stimmen. Tiefer. Beine. Eins. Ganzer Weg. Hoch. 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 Sehr gut. Kämpfen. Wir bleiben beim ganzen Weg. Hoch. 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 Durchhalten. Ungefähr die Hälfte abdach. Bleib unten. Wir pulsieren. den Spitzen immer noch nach oben im Schuh. Etwas tiefer. Vier noch. Drei. Zwei. Hoch. Auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Jawohl. Bleib in dem Rhythmus. Tief. Den ganzen Weg. Hoch. 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 Denkt an euer Lächeln. Vier noch. Drei. Drei. Wir bleiben unten. Minis. Langsam. Lüftet genießen. Tief. 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 Drei. Drei. Hoch. Auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Die Oberschenkel könnt ihr ruhig schon ein bisschen merken. Das ist kein Problem. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Genau so weiter. Komm. Geh so tief wie du kannst. Nach unten. Und wir hören niemals vor der Musik auf. Der ganze Weg. Hoch. Es ist der Endspurt. Danach machen wir eine Mini-Umbaupause. Bitte kleine. Hoch. Komm. Durchhalten. Das Lied ist noch nicht zu Ende. Und wir hören niemals vor der Musik auf. Komm. Hoch. Hoch. Jawohl. Nimm dir schnell deine Mathe. Mini-Umbaupause. Es wird nicht weniger anstrengend. Keine Sorge. Mini-Umbaupause. Mal eben das Sichtfeld freimachen hier. So, leg dich auf deine linke Seite. Linke Seite. Ja, warte. Bis alle liegen. Wenn dein rechtes Bein dann oben ist, dann hast du schon mal alles richtig gemacht. Ja. So, seitliches Bein heben. Fußspitze rangezogen. Die guckt nach unten. Das Bein ist hinten. Auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Und der Fuß guckt immer ein bisschen nach unten. Jetzt kriege ich erstmal Besuch hier. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Ganzer Weg. Hoch. Hoch. Jawohl. Das sieht gut aus. Zumindest sehe ich so ein paar Füße oben. Achtung, bleib oben. Wir kreisen nach hinten. Höhen nach hinten. Die ganze Zeit. Das Becken bleibt schön still. Das Bein bleibt oben. Wir pulsieren. Acht noch. Sieben. Sechs. Fuß nach unten. Vier noch. Drei. Zwei. Der ganze Weg. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Das Becken bleibt schön still. Bauch ist immer angespannt. Weißt du schon was? Nicht aufgeben. Komm. Das Knie ist immer gestreckt. Bleib noch mal oben. Kreisen. Nach hinten. Nur eine große Kreise. Das Knie ist gestreckt. Nur aus der Hüfte bewegen. Achtung. Noch mal den ganzen Weg. Und hoch. Tief. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Die letzten jetzt. Komm durchhalten. Letztes Mal. Dreh dich schnell um. Du hast ja noch eine Seite. Auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Jawohl. Immer noch zwei. Hoch. Hoch. Der ganze Weg. Und ganzer Weg. Hoch. Hoch. Das Knie ist immer gestreckt. Die Kurspitze zeigt nach unten. Komm. Vier noch. Drei. Drei. Wir bleiben oben. Und Kreise nach hinten. Große Kreise. Arm durchhalten. Große Kreise. Kämpfen jetzt. Letzte Mal. Und wieder den ganzen Weg von unten. Hoch. 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 Danach machen wir eine Trickpause. Hoch. 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 Jetzt musste mein DJ doch aufstehen. So was auch. Hoch. Komm. Die letzte. Und jetzt durchhalten. Nicht aufgeben. Wir hören nicht vor der Musik auf. Immer noch der ganze Weg. Auch wenn es brennt. Das Knie ist gestreckt. Danach haben es die Beine schon geschafft. Die letzte. Jawohl. Kurze Trinkpause. Und du kannst dir schon mal deine beiden Gewichte holen. Frau Sieghaub, jetzt kommen hier Milchtüten zum Einsatz. Also schnappt euch eure Gewichte für das Bankdrücken erst mal. Also wir bleiben auf der Matte. Kurz was trinken. Und dann legen wir uns. Nee, das ist meine Matte, Coco. Geh mal weg. Auf den Rücken legen. So, schnappt euch eure Gewichte. Musik bitte. Danke. Bankdrücken und Butterfly. Wir kombinieren das Ganze. Gewichte auf Höhe der Brust. Noch kurz durchatmen. Wir starten gleich auf zwei. Moment, habt ihr noch. So, macht euch bereit. So, wir haben schon einen verpasst. Achtung. Hoch, hoch, tief, tief. Erstmal das Bankdrücken. Höhen nach oben. Auf Höhe der Brust. Hoch, hoch, tief, tief, hoch. Hoch, tief, tief. Achtung, der ganze Weg. Hoch, hoch. Vier noch. Drei, zwei. Bleib oben. Wir gehen in den Butterfly. Tief, hoch, tief, hoch. Jetzt nach außen. Tief, tief, tief. Vier noch. Drei, zwei. Bankdrücken auf zwei. Tief, tief. Hoch, hoch. Tief, tief. Hoch, hoch. Tief, tief. Tief, tief. Bleib in dem Tempo. Bleib in dem Tempo. Achtung, der ganze Weg von oben. Tief, hoch. 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 Mitte. Schön langsam. Zum Genießen. Komm nach oben. Wir pumpen. Doppeltes Tempo. Komm. Tief hoch. Tief hoch. Und weiter. Kämpfen. Nicht aufhören. Und immer noch weiter. Komm. Wir hören nicht auf. Beine auf. Eins. Und langsam. Bankdrücken. Langsam. Ganzer Weg. Wir hören nicht auf. Danach steht ihr einfach ganz schnell auf mit euren Gewichten. Und wir machen weiter mit dem Bizeps. Wir geben euch eine kleine Chance. Zwei noch. Eins. Und wir stehen schon mal auf. So. Keine Pause. Komm. Der Bizeps. Ein Bein ist vorne. Bauch ist angespannt. Komm. Zackig nach oben. Wir starten auf zwei. Hoch. 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 Tief. Tief. Hoch. Hoch. Ellenbogen am Körper. Lass schön. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Immer noch auf zwei. Zum Eingewöhnen. Weiter auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Auch. Achtung. Ganz nach oben. Eins. Drei. Zerstieren. Weiter zu stieren. Er hat ausgelacht. Achtung, nach außen. Pulsieren. Ellbogen bleiben auf Schultern. Ganzer Weg. Wieder nach vorne, unten. Tief, tief, tief. In der Mitte. Pulsieren. Der ganze Weg, komm. Wieder ganz nach oben. Eins, zwei, drei. Zerstieren. Weiter. Komm schon mal noch aus. Ganzer Weg. Achtung, wir gehen nach unten. Pulsieren in der Mitte. Vier noch. Drei, zwei. Der ganze Weg. Hoch, tief, hoch. Stief, hoch. Doppeltes Tempo im Wechsel. Und durchziehen, komm. Trotzdem den ganzen Weg. Und wieder beide langsam. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Vier noch. Drei. Drei. Nini ist in der Mitte. Schön langsam. Rechter Winkel. Rechter Winkel. Bauch ist angespannt. Wir gehen danach über. Direkt zum Schulterdrücken. Damit ich noch sprechen kann, tausche ich kurz meine Gewichte aus. Ihr behaltet einfach eure. Komm, durchhalten. Weiter, weiter. Ihr hört nicht auf. Ich tausche nur eben aus. Nicht aufhören. Jetzt erst. Sehr gut. Schulterdrücken. Keine Pause. Knie leicht gebeugt. Immer nah am Körper bleiben. Wir starten gleich auf vier. Achtung. Los geht's. Hoch, 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 hoch. Tief, tief. Jawohl. Nochmal. Hoch, 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 hoch. Tief, tief. Immer noch auf vier. Schöner am Körper. Ellenbogen gehen immer erst nach außen. Hoch, hoch. Hoch, hoch. Der ganze Weg kommt. Mehr Tempo. Abfedern aus den Knie. Hoch, hoch. Tief, tief. Bleib oben. Nur oben. Bis zur Brust. Mit Lächeln. Nicht vergessen. Bleib oben. Wir pulsieren oben. Komm. Auch wenn's brennt. Oben. Die letzten. Ganzer Weg nach unten. Tief, tief. Hoch, hoch. Tief, tief. Achtung. Auf vier. Auf vier. Holt, hoch, hoch. Holt. Tief, tief. Tief, tief. Tief. Immer noch. Auf vier. Schön saubere Bewegungen. Mit einem Lächeln. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch. Tief, tief. Der ganze Weg. Hoch, hoch. Tief, tief. Das Gewicht bleibt noch am Körper. Nicht ausgeben. Komm. Hoch, hoch. Tief, tief. Diesmal bleiben wir unten. Bis zur Brust. Komm, direkt doppeltes Tempo. Den Bogen nach außen. Oberkörper noch relativ aufrecht. Nochmal den ganzen Weg nach oben. Hoch, hoch. Tief, tief. Das ist der Endspurt. Für diese Übung natürlich. Wir machen weiter. Die letzten. Die Schultern sind warm. Einmal Schulter haben wir noch. Wir starten mit dem Frontheben. Nur rechts. Spann den Bauch an, dass der Oberkörper nicht wackelt. Nur rechts. Mit dem Einsatz habe ich es heute nicht so, ne? Vier noch. Drei. Zwei. Wechseln. Vier noch. Gestreckte Arme. Zwei. Und beide. Hoch. Vier noch. Drei. Zwei. Seid heben. Nur rechts. Wenn es zu schwer wird, leg das Gewicht einfach zur Seite. Fünf noch. Quatsch. Drei noch. Zwei. Wechseln. Den konnte ich noch nie gut. Jetzt aber. Vier noch. Drei. Zwei. Und beide. Komm. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Schultern bleiben immer unten. Bleib oben. Nach vorne. Immer auf Schulterhöhe bleiben. Gestreckte Arme. Beim Kämpfen, wenn es zu schwer wird, einfach das Gewicht weglegen und weitermachen. Nicht aufhören. Kämpfen. Letzten. Achtung. Wir starten. Von vorne. Hoch. Front heben. Rechts. Vier noch. Drei. Zwei. Wechseln. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier noch. Drei. Zwei. Zwei. Und beide. Hoch. 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 Vier noch. Drei. Zwei. Seit heben. Nur rechts. Hoch. Hoch. Bauch ist fest. Vier noch. Drei. 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 Wechseln. Hoch. Hoch. Arm gleich geschafft. Vier noch. Drei. Drei. Beide gleichzeitig. Hoch. 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 Lange Arme. Vier noch. Drei. 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 Bleib oben. Nach vorne. Komm. Oberkörper. Bleib still. Kämpfen. Nicht aufhören. Komm. Immer noch oben. Komm. Durchhalten. Danach gibt es schon wieder eine Trickpause. Bleib vorne. Front heben. Tief. Hoch. Und seit heben. Und wieder auf Front heben. Komm. Es sind wirklich die letzten jetzt. Danach gibt es auch wieder eine Trickpause. Zur Seite. Bis zum Ende jetzt. Komm. Ein bisschen dauert es noch. Wir schaffen das. Schultern bleiben unten. Weg vom Ohr. Jawohl. Kurze Trinkpause. Trinkt was. Und dann nimm dir eine Matte. Koko, darf ich auf die Matte? Würden Sie bitte aufstehen? Dankeschön. So. Kurz zum Ablauf. Bauch. Mini-Pause. Und dann powern wir. Also. Leg dich auf den Rücken. Jo. Macht es euch nicht zu bequem, ne? Wir starten mit den Crunches auf eins. Ihr könnt den Kopf unterstützen, aber nicht am Kopf ziehen. Und hoch. 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 Beide Schulterblätter müssen mit hoch. Achtung. Hoch auf zwei. Hoch. Hoch. Sieb. Sieb. Hoch. Noch höher. Sieb. 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 Gut aus. Immer noch auf zwei. Hoch. Hoch. Sieb. Hoch. Hoch. Sieb. Sieb. Sehr gut. Sehr gut. Schöner Weg. Hoch. Sieb. Hoch. Sieb. Weiter auf 1, komm. Nicht aufhören. Schön weiter atmen. Achtung, komm hoch. Zum Sitzen lehn dich nach hinten. In die Rotation. Dreimal schnell. Langsam, langsam, dreimal schnell. Und nach hinten gelehnt. Wer will, nimmt die Füße nach oben. Langsam, langsam, dreimal schnell. Letzte Mal. Komm schon mal nach unten. Die schrägen Bauchmuskeln. Komm, keine Pause. Diagonal nach oben. Mit einem Lächeln. Wir nehmen das Knie dazu. Hoch. 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 Hier noch. Drei. Zwei. Achtung, gestrecktes Bein. Wir bleiben hier. Drei noch. Zwei. Wechseln. Vier. Drei. Zwei. Crunches. Auf 1. Wir fangen vorne wieder an. Komm. Hoch. Hoch. Drei noch. Zwei. Hoch. Auf zwei. Hoch. Noch höher. Tief. Hoch. Hoch. Tief. 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 Immer noch auf zwei. Hoch. Hoch. Tief. Tief. Komm hoch zum Sitzen. Lehn dich zurück. Und langsam, langsam. Drei Mal schnell. Jetzt schon wieder ausgelassen. Wer will, nehmt die Füße nach oben. Dreh immer den gesamten Oberkörper mit. Nicht nur die Hände. Dreimal schnell. Letzte Mal. Komm schon mal runter. Die Schrägen diagonal nach oben. Komm, es ist der Endspurt. Vier noch. Drei. Bein. Das Knie. Dazu. Hoch. 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 Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Gestrecktes Bein. Wir bleiben hier. Drei noch. Bein noch. Wechseln. Vier. Drei. Zwei. Crunches auf. Eins. Bis zum Ende. Nicht mehr aufhören. Und denkt dran, die Schulterblätter müssen hoch. Danach machen wir eine Mini-Trinkpause. Bevor wir dann mit dem anstrengenden Teil starten. Ach komm, es ist der Endspurt. Los, Lehn. Komm. Hoch. Hoch. Die Musik ist noch nicht aus. Hoch. Hoch. Jawohl. Trinkt kurz was. Und dann dürft ihr aufstehen. Also, falls ihr es euch etwas leichter machen wollt, nehmt ihr euch jetzt eine Sofakante oder so, damit ihr die Burpees nicht auf dem Boden machen müsst. Ich hoffe, dass mein Headset heute hält. Ansonsten schmeiße ich es einfach runter. So, zwei Cardios zum Ende ohne Pause natürlich. Trink noch mal eben was. Wir starten mit den Burpel-Männern. Die Burpel-Männer sind ein Burpee und zwei Hampel-Männer. Okay, ich würde sagen, wir machen einfach mal in Spurt. Also, ein Burpee, zwei Hampel-Männer und ziemlich flott. Macht euch bereit. Los geht's. Ein Burpee, zwei Hampel-Männer. Ein Burpee, zwei Hampel-Männer. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Eine noch. Achtung. Wir boxen, wir bleiben nicht stehen. Halte den Puls oben. Komm, boxen. Auf Schulterhöhe. Auch die Füße bewegen sich. Wir machen gleich noch mal acht. Gleiche Übung. Mach dich bereit. Achtung. Los geht's. Ein Burpee. Zwei Hampel-Männer. Vier noch. Drei noch. Zwei noch. Eine noch. Und wieder boxen. Und bleib in Bewegung. Das Schlimmste kommt jetzt. Wir machen zwölf. Komm, bleib in Bewegung. Auch die Füße. Ersten Beiden überhören wir. Achtung. Wir steigen ein. Und ein Burpee. Zwei Hampel-Männer. Teufel-Männer. Zehn noch. Neun noch. Acht. Sieben. Sechs. 5 noch 4 3 noch 2 noch Der letzte Jawohl Kurz mein Headset wieder richten Keine Pause Eure Pausenübungen sind die engen Squats Auf 2 Das ist deine Pause jetzt Komm, letzte anstrengende Runde für heute Einmal noch Vollgas Der ganze Weg Hoch Auch das ist immer noch Pause Nur hüftbreit Ungefähr Achtung Jump Squats Tief Sprung Tief Sprung 4 3 2 Tiefrasche Tief Tief 4 noch 3 2 3 Humpel Männer Komm Vollgart Pausenübungen Pausenübungen Komm Auf 2 Auf 2 Auf 2 Enges Squats Eure Pause Atmen Eine schnelle Runde Eine schnelle Runde haben wir noch Der ganze Weg Tief Tief Immer noch eure Pause Und jetzt durchhalten Bis zum Ende Einmal noch Auspowern Achtung Jump Squats Sprung Sprung Spring mal höher Komm Vier noch Drei Die Frösche Tief Tief Vier noch Drei Drei Die letzten Ampel Männer Ihr habt es gleich geschafft In Spurt Jawoll Ich gebe euch kurz Zeit Was zu trinken Bevor wir zum Cool Down Übergehen Bleib noch ein bisschen In Bewegung Lea Nicht einfach Hinsetzen Trink was Beweg dich noch kurz Der Puls ist sehr weit oben Hoffe ich doch Und wenn du was getrunken hast Starten wir im Kniestand Auf der Matte Also komm nach unten Ein Fuß ist vorne Schieb das Becken vor Beide Arme öffnen Brustbein nach oben Setz dich hinten tief In deine Wade Immer noch ruhig atmen Nase ein und aus Und wir wechseln Anderes Bein vor Becken Arme öffnen Brustbein raus Brustbein raus Letzt dich hinten tief In die Wade In die Wade Komm in den Kniestand Und weh in die Rumpseite Und die andere Seite Komm langsam nach oben Schultern kreisen Lass die Schultern unten Kopf zur Seite Und wechseln Und wechseln Und wechseln Nur Mitte nach unten Schultern bleiben unten Die Arme kreuzeln Komm wieder zur Seite Und wechseln Komm in die Mitte tief Oberschenkel innenseite dehnen Aufrichten Eine Hand zum Boden Schön tief Nehm die Hand nach oben Schau hinterher Aufrichten Andere Seite Knie Nach oben Schau hinterher Beide Hände tief Nier gesprengt Na ran an deinen Körper Bring die Füße zusammen Achtung Hände über außen Nach oben Nase einatmen Mund aus Und dann habt ihr es geschafft Für heute